Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 23. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1304. Heute mit den folgenden Themen Google, Marktanteile, Netflix, Dropbox, Twitter, Apple Maps, Apple Watch und TikTok zum Schluss. Wir starten gleich durch mit Google. Die haben nämlich, und jetzt müssen wir ein bisschen zurückspulen, vor zwölf Jahren, Jahre, ich kann nicht rechnen, es ist früh am Morgen. Auf jeden Fall vor langer, langer Zeit das Material U-Design, die neue, also in Anführungszeichen damals neue Designsprache für ihre Smartphones rausgehauen. Und manchmal dauern Dinge länger bei Google, zum Beispiel so bei den Apps des Ganzen schlussendlich auch wirklich flächendeckend umzusetzen. Ganz neu hat jetzt die Find My Device App, seit ich fast Find My iPhone App gesagt, die hat jetzt eben auch dieses Material U-Design. Wurde auch langsam Zeit, liebes Google. Dann gibt es wieder mal neue Zahlen zu den Marktanteilen von Smartphone-Herstellern, und zwar die vom Dezember 2022. Und da hat es ein bisschen gewirbelt. Oder es ist einfach noch mehr in die Richtung gedrückt. Samsung ist nach wie vor an der Nummer 1 und oder wieder an der Nummer 1 mit 27,38 Prozent weltweitem Anteil. Ganz, ganz, ganz knapp hinten nach mit 26,98 Prozent liegt schon Apple, die ja im Sommer Samsung überholt hatten. Dann kommt weit abgeschlagen mit 12,35 Prozent Xiaomi, Oppo mit 6,4 Prozent, und das sind diejenigen, die am meisten zulegen konnten. Ein Anstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum voriges Jahr. Und am meisten verloren dafür, wer hätte es gedacht, nach wie vor Huawei, die mittlerweile auf 5,25 Prozent runtergedümpelt sind. Die waren mal richtig dick im Geschäft, knapp über 20 Prozent, unter und über 20 Prozent, aber leider ist es nicht mehr so. Ich hoffe nach wie vor, dass da mal wieder was gelockert wird und wir auch Huawei wieder auf dem Parkett sehen werden, weil ich glaube, dann könnten die wieder richtig durchstarten. Aber so wird natürlich die Bremse getreten. Netflix hat schon länger im Gespräch, dass dieses Account-Sharing ihnen ein grosser Torn im Auge ist. In den südamerikanischen Staaten hat man es schon ausgetestet und anscheinend hat es funktioniert. Zuerst sind zwar Leute weggefallen, die sind dann aber später anscheinend wieder gekommen. Und deshalb will man das jetzt weltweit ausrollen, sogar schon ziemlich schnell. Und das ist einer der Punkte, der sich gerade geändert hat. Zum einen ist er Mitbegründer und Aufbauer von Netflix gegangen, nicht ganz weg. Einfach er hat seinen Co-CEO-Posten, nachdem er den neuen Mitarbeiter eingearbeitet hat, verlassen und geht jetzt ins Bord zurück und überwacht da alles. Aber das ist natürlich wie so vielfach wahrscheinlich nur der Weg zum ganz rauszugehen. Es hat sich natürlich auch sehr, sehr viel geändert. Ich meine, er war derjenige, der immer gesagt hat, wir werden nie irgendwie Werbung bei uns drin haben. Er ist aber auch derjenige, der im letzten Jahr mit Zähneknirschen hat sagen müssen, wir hätten schon viel früher dieses Werbezeugs mit reinnehmen sollen. Ja, schade, schade. Aber es kommt so. Wie aber auch gesagt, das Account-Sharing, das soll nächstens rausfliegen. Nutzst du Dropbox, hast du ein Mac und ein iPhone, dann solltest du am besten die Backup-Funktion aktuell ein bisschen pausieren, bis das Dropbox wieder mal ein Update rausgehauen hat. Die aktuellste Version ist die 162.4.5419. Wie gesagt, wartet ein Update ab, weil da gehen aktuell Daten verloren. Und das sollte nicht unbedingt sein, wenn man da schon Backup nutzt. Und ja, Backup braucht man bald keins mehr bei Twitter, denn Werbung kommt weniger. Zum einen hat Elon Musk gemerkt, dass sie viel zu viel, vor allem viel zu grosse Werbung ausspielen. Wir hatten es in der Geek Talk News-Episode vor ein paar Wochen schon mal davon, als ich gesagt habe, das ist ja voll über den ganzen Bildschirm verteilt, die Werbung. Das wird in den nächsten Wochen schon angepasst und verkleinert, optimiert, dass das Benutzer-Erlebnis wieder besser wird. Aber vor allem soll es bald noch ein hochpreisigeres Abo geben, also zu dem, was man jetzt schon hat mit Twitter Blue, soll noch was oben drauf kommen, womit man sich dann von der Werbung freikaufen kann. Ich bin gespannt. Apple Maps hat in der Schweiz Real-Time-Transit, also die ÖV-Echtzeit-Daten, mit eingepflegt. Das sind Dinge, die man schon von der SBB-App zum Beispiel als solche kennt, wo man dann in der App immer sieht, da hat ein Zug die 1-2 Minuten Verspätung und oder nicht, kommt er pünktlich, was auch immer. Das sieht man da drin und eben jetzt neu auch in der Apple Maps-App. Ist das Ganze in Rot, dann ist eine leichte Verspätung da. Ist das Ganze in Grün, dann läuft alles, wie es sollte. Die Apple Watch hat wieder mal, heute habe ich Mühe mit dem Reden, die Apple Watch hat wieder mal ein Leben gerettet, einer Schwangeren dieses Mal. Sie hat dreimal hintereinander die Meldung bekommen, dass irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung ist und da geben sie schon lange, oder auch ich sage es immer wieder, wenn solche Warnungen kommen. Dann sollte man lieber einmal kurz beim Doktor vorbei und schauen, was los ist. Denn in den meisten Fällen liegt die Apple Watch da nicht falsch und es keimt sich irgendwas an, wo man eben frühzeitig noch reagieren kann. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Link auf daily.giktok.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Da findest du einen Link zu der Begleitermodus in TikTok, wie das Ganze funktioniert. Ich habe den Text dazu und vor allem die Bilder wieder mal überarbeitet. Da hat sich einiges geändert. Wer sich damit beschäftigen möchte, da spreche ich jetzt vor allem Eltern an, deren Kinder mit TikTok die ersten Gehversuche haben, ist unbedingt zu aktivieren und das Ganze mit ihnen anzuschauen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und ich werde heute Morgen früh auch nach vor 10 oder knapp nicht sehen, mal in den Podcatcher schauen. Irgendwie hat das Ausspielen des Wordpresses ein Problem mit sich gebracht. Deshalb sind die letzten beiden Episoden deutlich später rausgeflogen, als sie hätten eigentlich sollen. Es tut mir leid an der Stelle. Bis bald. Habt einen schönen Start in die Woche. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.